Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Hearts of Iron 4. In 25, 26 Tagen, 25 Tagen hier unten, können wir Griechenland angreifen. Das werden wir auch tun. Die Chiffre hier oben ist am Entschlüsseln, dauert aber noch richtig lange. Wir sind hier dabei, weil 55 Tage dauert das noch, das ist zu lang. Die Chiffre haben wir hier oben, dann haben wir ihn hier, der fast fertig ist mit seiner Invasionsvorbereitung. In Moskau wird gerade das Spionagenetzwerk aufgebaut. Und ansonsten läuft es richtig gut. Hier unten, die sind hier mit am Wackeln, die sind outgedroppt sozusagen. Normale Infanterie sind das. Die hier ein bisschen Sicherung übernehmen. Aber ich habe noch zusätzlich hier unten 14 Sicherungsdivisionen am Bauen. Und die sehen wie folgt aus. Wo haben wir es denn? Bum, 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 wo ist das Schild hier unten? Können wir uns angucken. Eine 27er Breite ist eigentlich mit Flak, mit Pak, mit Artillerie und ein bisschen Mannstärke voll. Dass die hier ein bisschen sozusagen als Prellbock agieren können. Und dem Ganzen hier ein bisschen standhalten. Auch im Hinterland gegen Flugzeuge, wenn gerade nicht was da ist. Wir müssen nur so lange aushalten, bis Entsatz da ist. Bekommen noch, sie sehen noch einen, ähm, wir wissen sowieso, kommen der bei den, ne? Wo ist der Sicherungstyp? Der Typ hier ist es. Die haben Ideen hier dann, Winter Spezialist und Gebirgsjäger. Für hier wird dann getauscht. Die ganz normalen. Die werden dann an die russische Front hinversetzt. Die wir dann später aufmachen werden. Ich hätte gerne hier, dass ich mindestens hier runterkomme. Und dann den Italiener mal ins Boot nehme. Können wir hier unten auch mal vorpreschen. Ich denke bis dahin haben die Ganzen auch mal ein bisschen mehr. Dann helfen die uns auch. Aber gut, wir lassen mal hier mal weiterlaufen. Forschungstechnisch, wo stehen wir denn da? Hier, der Vierer, Sonderkauf, Z. Hier gibt es noch einiges zum Tun, ja. Die Werften kommen. Wo gibt es Probleme hier oben? Das bezweifle ich. Ansonsten muss ich meine Agenten hinsetzen. 49 ist es, Widerstandsziele. Wenn wir hier mal reinschauen in die MP-Garnison. Die ist doch voll. Die unterdrücken mit 65. Vielleicht fehlt denen auch noch ein bisschen was. Gucken wir mal. Bauen. Gut, die sind auch durch. Die sind alle zusammengefügt. Die Flotte geht dann hier oben mit rein. Freiwerften haben wir. Ah, das war es in dem Fall. Der Startschuss. Hier kommen Bauplätze. Auch nochmal drei dazu. Das sind die Zerstörer, die Kreuzer, die U-Boot. Hier möchte ich nochmal so was Fettes bauen. Aber das dauert so ewig. Sowas hier nochmal. Fünf Stück. Kommt hier noch in die Hochseeflotte mit rein. Nein, die sind nicht automatisch. Wie heißen die denn? Wo sind meine U-Boote? Die machen irgendwo Unfug. Ich weiß es. So, wie heißen sie? Die 24er sind das. Kommen die da noch mit rein? 24er und die 24er. Wo ist die Flotte? Die große Flotte passt. Macht das hier noch was aus? Ach, fast gar nichts, ey. Ja, komm. Die drei kommen dann eh dazu. Lasst mich in Ruhe damit. Jetzt schicke ich euch die Vision wieder. Luftkampf. Wo stehen wir denn da? Was schickt er uns denn? Ich will uns auf die Nuss geben. Und uns hier unten die Sachen kaputt bomben. Kein Problem. Ich habe ja bestimmt noch wieder Jäger. Marinebomber. Nein, habe ich nicht. Die habe ich alle schon rausgesetzt. Hm. Da sind die Marine. Das sind meine normalen Jäger. Stuka, die ist nicht so. Die können auch hier runter. Das passt dann. Müssen wir doch das so machen. Dass ihr hierher kommt. Und auf Abfangen geht. Ihr braucht nichts mehr machen. Die sind hier am Werkeln. Die sind hier mit dabei. Die warten zum Übersprung. Ein paar Tage noch. Passt alles. Provinzflakke ist eh hoch. Bautechnisch. Ja. Können sie mal reparieren. Ist auch okay. Gut. Die haben wir alle. Dann geht es weiter mit der Armee. Hm. Hm. Die Luftabwehrtreffer Chance nehmen wir jetzt noch mit. Ja, ich weiß. Hier oben geht es ein bisschen rund. Aber ist okay. Okay. Top. Der ist da. Kann man schauen. Dann kriegen wir hier. Angriff Armee. Zusatz. Zusatz. Das ist ein bisschen voraus. Das gibt es nicht. Gut. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Dann gehen wir da oben in den Krieg, setzen wir über. Schwappen wir rein. Nehmen wir die hier unten auseinander. Ja. Ihre Befehle! Mh 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 Genau, der Atlantikwall Den bauen wir Die Werften sind ja jetzt voll Ja, das passt Griechenland Wir erklären ihnen den Krieg Los geht's Da sind sie mit dabei Die sind hier mit dabei Ist auch mit dabei Vorwärts Vorwärts Marsch Ach hier sind sie Die gehen hier runter Sehr gut Das passt Dann legen wir mal los Sofort durchbrechen Weiter 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 Kleine Bunkeranlagen Ich hoffe die Briten kommen jetzt nicht so schnell ran Dann Dann kriegen wir das schon hin Gut, der ist auch fertig Hier oben Machen wir hier Ebenfalls Ebenfalls Wo ist meine Flotte Hier Wo ist meine große Flotte Hier ist sie Das machen wir mal raus Hier Das machen wir mal raus Jetzt drückt Jetzt drückt sofort mal hier in das Gebiet Bereich Sofort hier runter Weiter Weiter Gas geben Eins Zwei Drei Sieben Kann ich mit allen rüber ziehen Gut Hier drauf Solange da keiner ist Ja Können sie ja machen Das ist ja nichts neues Ist ja nichts neues mehr Ihre Befehle Legion Rumänien tritt Barsabien Oh, haben sie doch die Gebiete abgetreten So, geh endlich weg hier hinten Ich muss nachziehen Das sieht hier gut aus Geschirr drauf Okay Du brauchst Hilfe Gut Gut, gut, gut Ihr geht rüber Du gehst komplett rüber Kriegt ihr sofort eine Front Aber erst alle rüber Das ist frei Ja Schwappen wir darüber Achtung Eingekesselt Die sind dann eh platt So, hier sind die Briten gelandet Bereit Flugplatz kommt weg Was ist hier hinten? Das ist dann auch bald vorbei Seid ihr alle da? Ja, ihr seid alle da Das ist gut Bereits zum Ausdruck Was bist du hier? Es sind nicht 10 Divisionen Sondern 24 haben wir hier Angriffslinie geht sofort hier hoch Wie irgendwas Mal machen wir mal anders Wir teilen... Wir teilen auf Du gehst mit deinen hier hin Dann griffst sie es hier hinten Dann griffst sie es hier hinten Und... Du bist ein auch hier. Du gehst hier mit allen hin. Und gehst, weiß was ich, hier hin. Marsch, Marsch. Nimm den Flughafen. Meine Hochseeflotte geht hier raus und übernimmt Patrouille. Patrouille und meine U-Bugte hier gehen auf Konvoiüberfall. Geh mal hier raus. Und ihr geht auf Konvoiüberfall hier rein. Ja, das ist noch mal so. Hoppla. Wir rufen den Italiener zur Hilfe. Es ist soweit. So eine Waffen rufen. Deutsch-Britischen Krieg. Rommel. Abstand halten. Kriegt das was? Nein. Wir machen hier Stopp. Jetzt mischen die hier unten mit. Das passt alles. Deutsch-Britische hier sofort rein. Ausrücken. Gut, jetzt zermobbt ihr da endlich mal. Da geht's nach Abtehn mit euch. Ihr habt den Kessel zugemacht. Das ist sehr gut. Ihre Befehle. Achtung. Dass wir hier die Insel halten. Handeln. Rumänien. Rumania. See. Ich nehme hier nochmal nochmal den Rest. Der Flughafen ist da. Das ist gut. Fliegen wir hoch. Alles hier oben. Ihr haltet die Füße still. Macht hier nichts. Ihr seht doch eh aus. Klick mal mit hoch. Ich klick mal mit hoch. Das ist Fight und Battle. Gut. Da gehen wir nach Athen. Einer wird sofort abgestellt. Der darf... Der darf hier. Ach, der Panzer ist schon da. Ihr drei. Geht hier sofort rüber. Ihr geht hier drauf. Dass der Hafen weg ist. Los, los, los. Ich will Bulgarien mit dabei haben. Ich will Bulgarien mit dabei haben. Schauen, ob sie mitmachen. ran an die Häfen. Angetreten. Jetzt krieg ich es durch. 100 aus. Das ist immer schneller. Bereit zum Ausrücken. Angetreten. So und so. Genau, da geht's drauf. Schiffre von Norwegen ist komplett durch. Yes. Das sind die Briten. Deswegen müssen wir dir an die Häfen ran. Hilft ja nix. Zuhören. Bereit. Bereit. Sehr gut. Ihr kommt alle. Angetreten. Ausrücken. Angetreten. Angetreten. Brauche ich wieder in Fusion. Kriegen wir einen Stärk. Ja. Fliegerass nehmen wir mit. Dass wir schneller sind. Keine Schalke entgefangen genommen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Operation Schiffre erobern. Das ist noch zu wenig. Was soll ich da hinten hin? Du gehörst mir das schon. So, jetzt knallen wir die noch weg. Gut. Die sind durch. Das ist uninteressant. Nehmen wir die Luftüberlegenheit mit. Schaut es drüben aus. Noch halten wir Stand. Aber nicht mehr lange. Da fängt Einheiten ran. Die brauchen wir auch dringend. Die müssen wir auch drücken. Bereit zum Ausrücken. Zeigt es ihnen. Kaum weiter. So lange warten. Befehle. Fang, wir treten. Vorrücken. Hier unten müssen wir es jetzt endlich mal fertig haben. Ich muss mal eine Gebirgssäge hochschicken. Sehr gut. Das ist weg. Ihr. Sofort hoch. Ausrücken. Ich bin sofort nach oben. Angetreten. Die Panzer haben da nichts verloren. Schicke ich schon mal nach Warschau. Ich bin sofort nach oben. Ich bin sofort nach oben. Und hier wo? Gut, da sind wir dabei. Das ist prima. Ja, wir sind aber eingegraben. Das ist unser großer Vorteil. Ich will mal schauen. Das interessiert mich. Du... Mal schauen, ob es geht. Das ist sicher schemmert jede Menge an Personal. Ich muss noch mal verteidigen dazu. Ach, muss ich die Inseln auch noch säubern? Ach, das ist im Hinterland jetzt nicht. Aber hier, dass wir wenigstens einen Weg haben. In dem Fall muss ich darüber landen. Hilft ja nix in dem Fall. Okay. Ähm... Psi-Invasion. Von hier... nach da. Kannst du machen. Japan schlägt die Drei-Mächte-Pakt vor. Ja. Wir werden den Pakt natürlich unterzeichnen. Kann ich jetzt bei denen reinschauen? Ja. Ja, sie haben es angenommen. Gut. Alle mit dabei. Aber wir können nicht reinschauen. Das ist schade. Okay. Ich hätte gerne mal was von denen gesehen. Ah, hier unten. Sind sie am Werkeln? Ah, hier haben wir die Oberhand. Brauchen aber dringend Verstärkung. Oh, so wie es aussieht, habe ich schon Einheiten verloren. Ansonsten muss ich hier halt weg. Wenn da nix hilft. Zeigt es ihnen! Fahren wir alle da rüber. Ausrücken! Ausrücken! Vorwärts Männer! Unterbeschuss! Ausrücken! Ausrücken! So, alle zum Hafen. Ausrücken! So, alle zum Hafen. Ausrücken! 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 Machen wir die halt asch kaputt. Schön, dass du so spät asch kommsch. Ausrücken! Ausrücken! Was ist denn hier los, eh? Das ist ja Hölle. Das ist doch frei, Mensch. Lauf doch endlich nach. Was ist das Hölle hier? Zur Hölle! Du bist frei. Zum Hafen. Ihr zwei. Zum Hafen. Mal ein Stück weiter wenigstens. Hier, drück nach. Du, drück nach. Du, drück nach. Mach hier auf. Das ist die blöde Schweiz-Syndrom. Oh, technisch. Sind wir noch gut dabei? Ja. Ich wollte noch mehr bauen, dass ich hier nach unten besser Verbindung habe. Auf sechs wollte ich hoch. Okay. Das ist alles gut. Gut, es passt hier soweit. Ja, gebaut wird wie blöd. Das ist richtig. Aber das sollte auch alles im Großen und Ganzen passen. Die Flugzeuge hier und hier. Das sind meine Jäger. 400. Der kommt mal hier hoch. Das sind die taktischen. Was sind das? Ihr kommt hier mit rein. Dann mischen wir da oben ein bisschen auf. Ach, da kommt noch ein Nachzügler. Hier. Hier. Ihr geht mit hoch. Ihr. Jetzt warten wir mal noch. Um... 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 Karte, Gebiete, Gebiete, Gebiete. Was will er denn? Was war das? Mazedonien. Takien. Mazedonien. Zentral-Mazedonien. Was im Teufel ist es? Ach, die hier unten Tag hier, Zentral-Mazedonien. Und ein andere. Muss ich schauen. Muss mal gucken, was die drin haben. Jetzt stelle ich mal zuerst die hier ein. Nein. Das sind ja alles Bomber hier. Also das Jagdgeschwader. Hier geht auf Luftüberlegenheit. Gut. Bulgaria. Eine Delegation aus Bulgarien hat unsere Regierung, um deutsche Unterstützung für ihre Forderungen auf den Balkan geben. Außer möchten sie in naher Zukunft geheime Verhandlungen über eine bulgarische Expansion in der Region. Ein Tausch gegen bulgarische Ausrichtungen an das Deutsche Reich und ein Achse-Mächten-Beitritt der Nation. Wird auf bulgarische Übertragung. Sobald ich bin, dass wir sie in den Staat kontrollieren, Bulgarien in der Seinbund, dass sie über die Achse-Mäste nehmen. Nein, ich will das nicht. Das ist deutsches, deutsches Territorium. Angetreten. Gut, dann machen wir die da drüben. Die Sicherung ist hier. Was mangelt denn? Wolfram. Also, nehmen wir noch mal eins dazu. Dann passt Wolfram. Widerstand im besetzten Gebiet. Es passt mal so weit, wie es ist. Jetzt stehen die hier schon wieder rum? Wir können kurz nicht. Ja, das ist wichtig. Du. Block die hier. Oh, das sind die lahm, ey. Wollt ihr alle hin? Konnt ihr vergessen. Hier durch. Dass wir das Ganze endlich mal weiten können. Gut. Technologie hast du mal mit dabei. Der Atlantik Wall. Ja. Das ist alles gut. Das sind die normalen Divisionen. Dann kriegst du noch mehr Aufgaben. Befehle. Das müssen wir ja wenigstens einen Brückenkopf noch haben. Aber sieht alles gut aus. Noch. Ah, außer hier unten. Da sieht es natürlich nicht gut aus. Bereit zum Ausrücken. Hier stehen wir. Das wird wahrscheinlich so ein ewiges Stellungsding. Ist eingekesselt. Kann dem aber groß nix schicken. Ja. Das kannst du auch vergessen. Was haben wir hier? Der Jagd. Irgendwann kommt jetzt mal Nachschub durch. Nach unten. Die will ich noch nicht in den Krieg holen. Die brauche ich später hierfür. Eigentlich bräuchte ich nur jemanden, der schnell hier oben ist. Ah, sofort nachdrücken. Ausrücken. Dass wir hier den nächsten Hafen endlich mal nehmen. Die große Flotte. Wie sieht die denn aus? Ist ja auch schon recht. Schön und groß geworden. So wie wir das brauchen können. Ein paar dicke Schiffe mit dabei. Ein paar dicke Schiffe mit dabei. Ist natürlich sehr schön. Auch wenn die hier nicht viel bringen. Okay. Das passt hier an der Stelle. Der Atlantikwald kommt. Der hilft noch ein bisschen. Ansonsten. Ja. Der will hier landen oder was? Der will hier Truppen schicken. Du wahnsinnig Typ. Ich glaube, dass wir hier nicht rankommen. Dass wir die hier kaputt machen. Ich glaube es nicht. Jetzt nehmen wir mal zuerst das hier hinten ein. Und dann schauen wir mal. Befehle! Dann schauen wir erstmal. Ja. Hier halten wir dicht. Nehmen wir die mit da oben mit. Dann können sie da patrouillieren. Dann hoffen wir, dass das klappt. Gebirgsjäger. Wo sind sie denn? Wo sind meine Gebirgsjäger? Oh, immer noch auf dem Weg. Langsam. Ganz, ganz, ganz langsam. Aber okay. Auch das werden wir hinbekommen. Auch das soll ja kein Problem werden. Ja. Top. An der Stelle sage ich mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.